So, dann geht's hier rein und dann müsste man da so lang. Dann hier im Prinzip wieder dicht machen, hier ein bisschen mehr Platz machen. Was? Ja. Was machst du? Also die Höhe von der Mühle ist ungefähr so hoch, dass wenn man ganz von oben runterfällt, stirbt. Nur so als kleine Info am Rande. Okay. Scheiße. Ich kotze. Alles egal. Du willst den Rekord von mir aber auch brechen, ne? Ja. Jetzt steht es schon 2 zu 3, ne? In einer Augenblick. Da legst du dich drauf an. Ich bin direkt vor der Tür gestorben, dass ich... Oh. Level 5. Es waren noch genug XP, die noch runtergefallen sind anscheinend. Ja, immerhin. Ja, wenn man direkt vor der Tür stirbt, dann geht's ja immer meistens noch. Gott sei Dank mein Diamanthelm. Genau, der ist wichtig. Der ist es unwichtig. Hauptsache der Diamanthelm ist noch da. Okay, ich glaube der Weg ist fertig. Zumindest hier der Durchgang. Das heißt, ein Teil des Weges ist fertig. Eine Teilstrecke. Das schaue ich mir jetzt sofort an. Muss man nur mal gucken, wie das dann hier mit den Wänden fungiert. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie ich das am sinnvollsten gebannt kriege. Aber jetzt kann man hier rein. Dann kann man hier hoch. Dann kann man hier lang. Kann man so machen. Dann könnte man noch einen kleinen Laden oder so eröffnen. So als Idee. Dann kann man hier raus. Und das und das noch weg. So wie das und das. Und das und das. Komm hier raus. Plopp, 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 plopp. Die da oben lässt man. Dann kommt man da hoch. Den Weg habe ich auch schon gemacht. Gehen wir nämlich nochmal in die Richtung ab. Die Decke muss man nochmal um einiges nach unten verlegen. Das ist gerade viel zu hoch. Das ist noch überbleibslos. Vergangenen Mining Tagen. So, schon besser. Huch. Jetzt sackt gerade die Framerate ein bisschen weg. Jetzt geht es einigermaßen wieder. Und jetzt müssen wir den noch da hinkriegen. Ich weiß noch nicht wie. Weil hier ist arg steil. Machen wir das am besten. Weil hier hinten war ja auch noch nicht fertig, ne? Ne. Hier ging es dann lang. Aber hier ging es nicht mehr weiter, genau. Und Kies. Toll. Zwei Kies habe ich noch. Also ich komme auch noch eine Menge weiter. Und plopp. Ja. Das war es dann mit dem Kies, ne? Tch. Ich komme nochmal zurück. Also Kies haben wir keinen mehr. Müssen wir bei Gelegenheit mal wieder ein bisschen organisieren. Hey. Das war schon schön. Eine ganz schön große Windmühle da oben. Ja. Hat mir mal einer gesagt, die muss größer. Ja. Weil sonst die Flügel auf den Boden kommen. Ja. Deswegen wird die jetzt ein bisschen astronomisch. Hat ein schlauer Mann gesagt. Ach, ein weiser Mann. Ein weiser Mann sagt das. Ein weiser weiser. So, so, so. Und dann können wir noch ein bisschen Holz da einsortieren. Das kann man wieder hier rein. Und hiervon kann auch mal wieder ein bisschen was da rein. Satteln den brauchen wir jetzt eh nicht mehr gerade im Moment. Wir haben die Viecher ja schon eingesackt. Die Rosen. Spinnenaugen und so ganzen Kack. Das kommt alles in die Krimskram Kiste. Ich hab ein bisschen Kohle mitgebracht. Ich bin ja nicht so. Ah. Und Bögen. Und Feuersteine. Und ja. Knochenleine. Und hier ist noch jede Menge Leder. Und Zeug. Was hier denn alles drin ist. Und was dann alles nicht einsortiert ist. Schlimm. Schlimm. Der Krimskram Kiste. Mhm. Da ist Zeug drin. Unglaublich. Da waren noch mal 28 Ledern noch mal drin. Einfach so. Das kann glaube ich sein von der Kuh Tour gerade. Warum hast du es da einsortiert? Ich hab gerade einfach nur Platz in meinem Invental gebraucht. Achso. Du hast Platz im Invental gebraucht. Ja. Einfach völlig fahrlässig in dieses Tour reingeworfen. Mhm. So. Das kommt dahin. Das kommt dahin. Und. Du musst das doch gleich einsortieren was. Ich muss ihn mal hinter dir her sortieren. Mann. 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 Wirds gerade heller oder wirds gerade dunkel? Ich verfürchte fast dass das mal wieder dunkel wird. Mann. 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 Ich komme ich doch mal hoch. Machen. Vier Etagen hat das ganze Ding. Das sieht doch schon ganz gut aus, ey. Muss ich doch mal sagen. Ja, jetzt auch so mit den Zäunen drumherum, ne? Gibt es nochmal so ein gewisses Finish. Doch, doch, das hat was. Es verbraucht natürlich Zäune ohne Ende, aber ich musste auch ein paar noch nachproduzieren. Ein paar, ja. Kann ich mir vorstellen. Treibst du dich gerade rum? Warum machst du eigentlich immer Blöcke? Könntest du super Scheiben reinmachen? Ohne Flachs. Aber dann müssen wir mit der Behutsamkeit die ganzen Dinger wieder rausreißen. Ja und? Dann hole ich die und mach das mal eben. Kein Problem. Stürze ich mich eben in den Pool und schwimme einmal rüber. Und dann bringe ich auch direkt Glasscheiben mit. Haben wir noch welche? Ich mach eben welche. Ich mach eben welche. Allein schon, weil man aus dem Glas viel mehr Glasscheiben machen kann. Man hat dann... Ja, besonders da wir momentan so wenig Glas haben. Naja. Wo du so auf die Scheiben abfährst. Ich find die super. Ohne Witz, ich find die richtig gut. So, wie gehen da denn nochmal? Ich glaube vier in einem Quadrat anordnen. Ne, 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 sind keine vier, sind, äh, sechs. Sechs Stück, ne? Hm. Dafür kriegt man aber auch immer aus einem, aus sechs Stück, also sechs Glasblöcken, kriegt man, ähm, 16 Scheiben. Das ist schon ein ganz guter Deal. So, was brauchten wir noch, außer Scheiben? Irgendwas? Ich bin gerade einmal hier. Eigentlich nicht. Eigentlich hast du alles. Eigentlich alles. Eigentlich hast du alles. Gut. 32 Lightstone hab ich auch noch. Ich wollte noch Türen machen eben. Ja genau, zwei, vier Türen. Vier Türen brauchen wir. Ja. 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 Vier Türen. Dann sollte ich die auch mal so bauen, das geht vielleicht ein bisschen besser. Und zack, alles wieder rein. Schon praktisch so ein Lagerhaus, wo alles direkt vor Ort ist. Ich stehe mal vor, wir hätten jetzt alles wieder so verteilt wie vorher. Du mit deinen Kisten da drüben, da müsste man ständig hin und her rennen. Hast du noch was davon? Hast du noch was davon? Das wäre ätzend gewesen. Ja. So ist das schon besser mit einem gemeinsamen Lagerhaus. Ja, auf jeden Fall. Und da wir eh nur zusammenspielen. Ja. Ist das so echt schon irgendwie cooler. So, dann setzen wir da mal ein paar Türen rein. Wo kommen denn die anderen vier, äh, die anderen zwei Türen hin? So, wenn du mich siehst. Ich sehe dich nicht. Nein. Ach, du kommst hinten hin. Hinten hin. Weil dann hier, wenn man dann hier durchläuft, nochmal später am Wasserrad vorbei. Und dann hier hinten. Oh, Creeper. Töt zu. Töte ihn, töte ihn. Tötend sinn, töten sinn. Hast du schon? Was machst du denn da? Was machst du denn da schon? Weil ich dachte, wenn ich jetzt noch gleich einen Schritt weiterlaufe, dann falle ich hier schön runter. Aber da war noch Platz. Da war noch Platz, ja. Jede Menge. Ähm, du musst auf der anderen Seite noch was unter den Fußboden machen, da ist nix. Seite unter den Fußboden? Ach, weißt du, was ich vergessen habe? Die Brutsamkeit, Spitzacke. Aha. Ich bin so ein Horst. Das einzige, wofür ich überhaupt losgelaufen bin, vergesse ich. Ich bin so eine Depp. Ich bin eine Depp-Deluxe. Ein Deluxe-Depp. So, gehen wir hier runter. Fluppidi-flupp. Und da drin, Behutsamkeit. J, sei Dank. Schreibt mich eigentlich schon wieder an. Leute, lass mich doch mal gucken. Wer ist denn das? Ah ja, genau. Und so lange spielen wir schon wieder, meine Güte. Ähm, willst du das Ding noch fertig kriegen? Nö, ne? Äh, nein. Nein, nein. Also das ist jetzt auch hier so die letzten, die letzten paar Züge, die wir jetzt hier machen, sind es gut. Ich weiß nicht, ob da noch ein Creeper ist. Ich hab keinen gesehen gerade. Okay. Ich mach erst mal oben die Scheiben. Jo. Hier, wo dann immer diese... sechs Stück sind. Kommen da nur die sechs hin? Was kommt da von rechts und links? Von diesen sechs? Ähm, nee, ist richtig. Äh, hier dieses Feld wird dann komplett mit Glasscheiben. Hast du welche in dem Metall? Oh, das sieht auch cool aus. Scheiben. Ich hab mehr als genug. Warte, ist ja noch nicht fertig. Zack. Zack. Könntest du wegmachen und ich mach nach. Ich mach weg. Ich mach weg. Ich mach weg. Und die Ränder davon bleiben dann frei? Rechts und längs? Ja. Genau. Als Belüftung. Was? Frei? Belüftung? Äh. Nee, nee, so wie ich das drüben gemacht hab. Achso, du hast komplett zugemacht. Alles klar. Okay, weil da gerade ja nicht alles zu war. Deswegen. Hier oben sind die auch nochmal, ne? Ja, ja, genau. Die Sonne. Diese Brutsamkeitsspitze hat es schon echt praktisch, muss ich ja sagen. Auch wenn wir da nachher dem nächsten Diamant oder zwei drauf retten müssen, ne? Ja, ja, müssen wir mal ein paar. Müssen wir mal gucken, wer die meisten Leben hat. Oder jeder macht einzeln. Dann machst du erst du einmal und dann nicht einmal. Dann können wir uns die Leben ein bisschen aufteilen. Ich würde dir sowieso noch ein paar Level. Du hattest ja mal ein paar, aber die sind ja jetzt. Ich hab jetzt schon wieder fünf. Oh, hast du neun? Äh, warte. Ja. Kommst du hin? Ja. Ich hab einmal 64, äh, 64 Dinger überarbeitet. Scheiben gemacht, von daher hatte ich mal irgendwie. Sechs. Irgendwie sieben oder acht Stacks. Ne, zwölf Stacks. Glaub ich sogar theoretisch dann, oder? Ich weiß gar nicht genau. Muss ich jetzt, hätte ich jetzt mal ausrechnen sollen. Muss ich wieder mit unglaublichem Mathe-Wissen prahlen hier. Lass ich mal lieber. Ganz unten würde ich fast sogar dann sagen, lassen wir die normalen Scheiben drin. Also die normalen Glasblöcke. Echt? Wird sie das so mischen? Ich guck mal eben, wie das von außen aussieht. Und setze zwischendurch meine Fackel hin. Oh, nachdem ich diesen Zombie getötet habe. Komm schon. Wir haben hier aber auch Zombies auf dieser Karte. Das ist nicht mehr normal, wie viele hier kommen. Die Beleuchtung. Oh, nein. Scheiße. Was ist draufgegangen? Nur ein Stück vom Weg. So. Nichts Schlimmes. Hier oben könnte man zwei Betten hinsetzen. War klar. Er will nur wieder kuscheln. Äch. Hast du noch ein paar Slaps? Ich glaube, der hat die meisten davon leider zerlegt. Ja. Hab ich. Aber wollte ich eigentlich da nur eine Fackel hinsetzen. So, das ist ja schon mal cool. Ich würde das echt mischen, glaube ich. Weil das mit den Scheiben um die Türen sieht auch richtig kacke aus. Hast du die beiden Türen für jeden nochmal? Ja, klar. Du musst nur den... Genau, der Boden war vorher noch nicht. Ich muss sie ja von hier aus dran setzen. Die Tür und die Tür. Gehen wir auf die Tür. Ach, noch einer von unseren Freunden. Schon wieder einer von unseren Freunden. Müssen wir halt nicht mal ausschalten, die Dinger. Achso, brauchen wir die ja gar nicht. Geh, welchen. Ich bin jetzt erstmal nur bis hier hinlaufen lassen. Der Rest ergibt sich dann. Genau, ich bin aber gespannt, wie dann der... Wie dann das Mühlrad aussieht. Später. Aber die Mühle ist schon sehr... Doch, doch, die ist schon sehr imposant. Sieht ein bisschen aus wie der Turm zu Babel. Aber finde ich schon ganz cool. Doch, der sieht gut aus. Und ich finde die Mischung von Scheiben und Blöcken auch gar nicht so schlimm. Ehrlich gesagt. Weil wenn ihr jetzt unten, wenn ihr um die Türen herum die Scheiben baust, sieht das echt kacke aus. Also mit Türen und Scheiben ist nicht blöd, aber wenn du dann wirklich nur Fenster hast und da die Scheiben reinmachst, finde ich, das gefällt mir persönlich sehr gut. Was hast du denn, hast du dir für das Dach irgendwas überlegt oder bleibt das so platt? Das kannst du jetzt so leider gerade nicht sehen, aber da ist durch die Slaps, ein Slap Höhe, ein Glowstone noch zu sehen. Als Leuchtspitze sozusagen. Okay. Und ja, also bis jetzt ist noch nicht viel darüber nachgedacht worden. Ich habe das schon mal gesehen, wie jemand noch so eine Art Fahne oben drauf gesetzt. Nee, das brauchen wir nicht. Das ist ja albern. Ich gucke, ich hüpfe mal oben auf die, da wo die Burg mal hinkommt später. Hüpfe ich jetzt mal hoch. Heute hier nochmal gerade um. Dann sieht man es ja quasi von hier oben, muss man ja von oben drauf gucken. Wäre das dann total... Nee, je nachdem, wie das dann aussieht. Ich denke mal, das wird nicht so schlimm sein, aber... Und weiß ja nie. Schauen wir uns das mal von oben an. Ja, doch, das geht. Das ist okay. Klar. Nee, doch, ich sehe, was du meinst mit dem Glowstone. Nee, das sieht aber okay aus. Wenn dann noch das Müllrad dann dran ist, ich glaube, das ist gut. Doch, doch, das ist cool. Aber das ist ein bisschen aufwendiger, das würde ich erst beim nächsten Mal machen. Ja. Wir haben ja sowieso im Voraus aufgenommen. Wir können auch dann jetzt einfach mal Ende machen. Ja, würde ich auch sagen. Wir sind ja sowieso schon wieder viel zu sehr im Voraus, auch wenn du dann... Auch wenn wir dann ja nächste Woche nicht aufnehmen können, aber wir haben ja noch einige Wochen Vorsprung. Von daher ist das ja nicht das Problem. Das sollte ja nicht das... Die Woche machen wir mal Pause. Genau, das sollte ja kein Problem sein. Vielleicht habe ich bis dahin auch das mit den Biomen, mit den Extra-Biomen-Plugins gelöst. Ich habe nämlich noch ein cooles Plugin gefunden, das heißt Crazy Caves oder so ähnlich. Das ist... Das edit im Prinzip, sobald du in Höhlen gehst, was natürlich nur für Höhlen funktioniert, die neu gerechnet werden und nicht für Höhlen, die schon da sind, leider. Da gibt es dann so leuchtende Pilze, die man aber nur abbauen, aber nicht einsammeln kann. Also das sind keine Items. Du hast dann überall so kleine, ja, so kleine Pilze, so leuchtende, die zwischendurch überall wachsen. Und du hast sowas wie so Tropfsteine, die von der Decke und vom Boden wachsen. Okay. Und so Lianen zwischendurch mal, dass das alles so ein bisschen lebendiger in den Höhlen ist und nicht immer nur blöde Steinwände. Ja, kann ich verstehen. Das sieht einfach nur ein bisschen netter aus, dann mehr macht es nicht. Nur, ja, es will halt nicht so richtig. Ja, aber das ergibt sich auch. Das kriege ich schon irgendwie hin. Ich kann mich an keine Sache erinnern, wo du dich drangesetzt hast, was du lösen wolltest, was du noch nicht gelöst hast. Also das ist bisher das, momentan noch das Erste, aber das werde ich auch noch schaffen. Das ist, glaube ich, noch, ich glaube, das ist auf jeden Fall machbar. Ich weiß nur noch nicht genau wie, aber das wird sich auch noch zeigen. Ja. Da glaube ich dran. Ich auch, ich auch. Ich hüpfe hier gerade von Baum zu Baum wie Tarzan. Wo treibst du dich gerade schon wieder rum? Da müssen wir noch achten, immer noch in der Mühle. Ach, hier unten. Ich kann dich jetzt gar nicht ranzoomen, leider. Baum zu Baum wie Tarzan? Wo bist denn du gerade? Hier unten. In der Mitte. Ich bin hier von dem, von dem, von dem auf die Bäume gehüpft. Und hüpfe von hier aus auf die Laterne. Ah, und springe daneben. Ja, da könnten wir ja diesmal Ende machen. Hast du die Fackeln hier hingesetzt? Ja, ja. Erstmal so sporadisch. Die sind natürlich noch nicht richtig, weil da müssen ja dann Laternen hin. Ich wollte doch erstmal die Folge von oben beenden. Aus unserem... Ja, ja, ich warte. Aus unserer Links. Ich komme, ich komme. Beide mit dem Diamanthelm. Einen Dachzugang hast du nicht gemacht, ne? Nee, habe ich nicht. Gut. Bleibst denn du? Ich habe nur noch Druckplatten eben an die Türen gesetzt. Alles klar. Ähm, wie dreht man nochmal die Kamera? F5? Schweißt das nicht mehr? Probier mal aus. F5. F5 ist das? Ah, jo. Sehr gut. Gut, dann kommen wir bei mich bei. Kommen wir neben mich. Dann hat man hier das Ganze im Hintergrund. Yeah. Und mit diesem großartigen Bild, sag ich mal, ähm, machen wir dem Ganzen... Wir machen dem Ganzen ein Ende. Und, ähm, wir enden das fürs Erste, diese Aufnahme für diese Woche. Und nächste Woche nehmen wir nicht auf, aber wir haben ja noch genug Material. Und dann geht es danach, wie gehabt, weiter. Vielleicht mit ein paar neuen Mods drin. Und vielleicht auch mit einer neuen Version des Texturen-Paketes, wo dann die Blätter besser aussehen. Ich bin gespannt. Bis, äh, ja. Ihr seht das wahrscheinlich erst jetzt, so gegen Ende September. Wir haben jetzt noch Mitte August gerade. Also wir sind ein bisschen im Vorsprung gerade im Moment. Ein wenig, ja. Ein wenig. Wir sollten nicht so viel aufnehmen immer. Nein. Aber wollen wir doch. Wollen wir doch auch. Wir wollen doch. Wir sind doch Spielkinder. Eben. Aber sowas von. Ja. Ich sage mal, äh, ne? Bis zum nächsten Mal. Ja. Bis denn dann. Ciao.